Hier präsentieren wir die 5 besten digitalen Bilderrahmen-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Antir digitaler Bilderrahmen. Die LCD-Anzeige vorhanden verwendet eine bunte Auflösung von 1024 bis 768 Pixel. Sie können leicht bevorzugt Bilder in der Asso-Einstellung sowie immer wieder zu genießen. Die digitalen Bilderrahmen spielt auch Lieder-Dokumente, die leistungsfähige Stereo-Lautsprecher machen einen atemberaubenden Lärm. Die Speichkarte aus der elektronischen Kamera schnell eingesetzt werden direkt in den Bilderrahmen, die Fotos können direkt ohne weitere Bearbeitung und Verbesserung ausgeheckt werden. Für viel mehr Leichtigkeit im Betrieb erhält eine tragbare Infrarot-Fernbedienung mit klaren Funktionen für die Wiedergabe. Nummer 4. Intensor-Foto-Base digitaler Bilderrahmen. Ein kostengünstigen digitalen Fotorahmen ist auch leicht zugänglich vom Hersteller Intensor für Sie. Dies ist das D-Sicht namens Foto-Base, die mit 7 oder 8 Zoll Bildschirmen ausgestattet ist. Darüber hinaus bietet der Lieferant ebenfalls eine nützliche Fernbedienung, die es in keiner Weise keine Sorgen macht, dass diese elektronische Bildstruktur recht unkompliziert bedient werden kann. Die optimale Fotoflösung für dieses Modell beträgt 1024 bis 798 Pixel. Darüber hinaus unterstützen JPG und auch JPEG die beliebtesten Fotostile, optimalen Kompatibilität zu gewährleisten. Das gleiche bezieht sich auf die SD-Karte. So ein Slot zur Verfügung, in dem die SD-Karte SD, SDHC, MMC und MS vorgenommen werden können nutzen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer List Nummer 3 Kütem Diamine 8i EPS Display digitaler Bilderrahmen Die Premium EPS Kostenanzeigen für eine Anzeige von ca. 1024 bis 768 Pixel nutzt Hochauflösende aus jedem Blickwinkeln. Das ehrenvolle, silberne Gartgit verfügt über eine echte willkürliche Erholung zu noch mehr Dynamik in den Bildern und ist auch ebenso attraktive Schwarz erhältlich. Für die integrierte Diasore-Funktion sind verschiedene Einstellungen separat möglich. Große persönliche Freiheit in der Auswahl finden Sie ebenfalls in die praktische Uhr zusätzlich in den Kalendereinstellungen. Werte sind für den Wochenenausflug, anpassbare Ansichten für Montag bis Freitag. Nr. 2 Nix Advanced Digitaler Bilderrahmen Bilder und auch Videoclips können separat in der größten Auflösung angeboten werden. Die stilvolle Beleuchtung bringt dieser elektronischen Bildrahmen das Beste aus den Aufnahmen, so wie ständig, wenn jemand sieht, wenn keine Person im Bereich die Bildstruktur schaltet sich automatisch aus und spart auch so elektrische Energie. Das Werkzeug hat einen Zeitplan und auch Clock-Funktion. Die Stereo-Audio-Lautsprecher gewährleisten ideale Lärm jederzeit des Tages. Die LED-Fotostruktur enthält einen USB-Stick sowie ebenso verfügt über ein SD und SD-HC-Karte Zuschauer. Fotos und Videos können direkt und einfach mit Plug und Play importiert und sofort auf das elektronische Bildrahmen gesehen. Es ist ebenfalls möglich, Daten schnell und auch schnell über den integrierten USB-Anschluss hinzufügen. Die beste digitale Bildrahmen in unserem Vergleich nicht nur spielt Videoclips in hoher Auflösung, aber ebenso spielt Lieder im MP3-Stil. Die eingebauten Lautsprecher bieten ideal Audio. Mit der Diasore-Funktion können Sie immer andere, schöne Bilder für die Wiedergabe nach Maß herstellen. Wenn Sie diesen Digitalbildrahmen für Weihnachten verteilen, können Sie herunterladen und installieren garmante Bilder und auch Videoclips von gemeinsamen Aktivitäten per USB auf das Gart-Kit als krönende Leistung. So dieses heiß und auch leichte elektronische Bilderrahmen kommt rasch zu einer bevorzugten Anwesendsein und bietet auch dem Nutzer viel Freude. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.